Das war schon mal ein großer Fehl Da war ich auch zu langsam Was mach ich denn hier für eine Scheiße? Das war zu früh Ja, eine ganz böse Stelle stimmt schon Dann machen wir es halt so Und hier nach Das Licht Okay, und nur? Ach so, das ist immer so ein extra Level Davon gibt es ganz viele Jetzt wollen wir jetzt Äh, ja So schier mich Okay, vielleicht können wir da oben ein bisschen anstecken Trotzdem bleiben Das geht schon mal Okay, jetzt haben wir das schon mal geschafft Oh, ist das fies Oh, das geht schon Oh, das geht schon Oh, das geht schon Oh, das geht doch Oh, das geht doch Okay, das hat schon mal geschafft Irgendwie werden die Stellen nicht besser Zumindest eher einfacher, sag mal so Oh, fuck, fuck, fuck Geschafft Ich glaube die frostigen Berge machen wir noch durch und danach mache ich den Rest offline, beziehungsweise halt im nächsten Stream mal gucken, je nachdem Okay, also so geht schon mal nicht mit der Farbe Dann kann ich schon mal kein Freier benutzen Okay, also Okay, was macht das jetzt? Man weiß es nicht. 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 Okay. Man weiß es nicht. 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 Genau, das ist die Kiste hier oben drauf. Der Kiste muss man das hier ausschalten. Wieder hoch. Oh, Schwein gehabt. Nicht unterfallen, ich unterfallen, danke. Das ist hier oben drauf. Sehr schön. Witzel gelöst. Äh, hallo, Floor? Danke. Danke. Ich bin der Kiste, ich bin der Kiste.